Herzlich willkommen bei der Tourne, große Freude bereitet, wie erwartet der jungen Zirula, Stefan Durmwichter, als der jungen Jungen in Fulstallung. Bis dann ausgezeichnet, der fünfte Zelle, der erste Skiflugwissenschaft, Stefan Durmwichter. Ja, ja, er lässt sich noch ein paar Jahren koffeln. 156,5 Meter waren das von 166.2 Meter für Stefan Durmwichter. Nicht am Start, Sebastian Kolaredo, es wurde den Wobstuch herausgelegt. Springer somit Andreas Wank mit der Nummer 22 aus Deutschland. Also, die Nationale qualifiziert und hat sich jetzt 165 Meter verweistet, sie hat gestern. Ansonsten! Liegt jetzt mit einer Geschwindigkeit ab und geschädigt. Die Komponkamera bei 166.2 Meter.